Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann Reloaded. So, ich bin, ah, gut, im Begriff einen Verkehrsunfall zu verursachen. Verzeihung. Fängt ja schon gut an. Nein, was ich eigentlich sagen wollte, ich bin auf dem Weg nochmal zum Klärwerk. Wir machen uns das Fässchen nochmal voll. Dann fahren wir zum Schafstall, füllen Wasser auf und beim Landmaschinenhändler habe ich schon einen Viehtransporter gemietet. Das heißt, wir tauschen dann einfach Fass gegen Viehtransporter und auf dem Rückweg zum Hof müssen wir da sowieso wieder vorbei. Das heißt, das Fass nehmen wir dann zurück zum Hof, aber so weit sind wir noch nicht. Eins nach dem anderen. Die Sojabohnenernte ist abgeschlossen jetzt. Ich habe sie auch schon eingelagert im Hofsilo und ja, habe den Helfer aufs nächste Feld geschickt. Der ist gerade dabei, Sonnenblumen zu dreschen. Ich würde ja für das Wasser bezahlen, aber ich kann ja auch nichts dafür, wenn das Rathaus solche Öffnungszeiten hat. Ist nicht meine Schuld, ihr wisst ja, wie immer, ist nur nichts schuld. So, die Leere. Fast ist voll. So, die Leere. Auf zum Schafstall. Auf zum Schafstall. Ich habe mir jetzt hier auch wieder diesen Mod drauf gemacht. Lower Animal Prices, also niedrigere Tierpreise. Ich finde einfach, also 3000 Euro für ein Schaf finde ich maßlos übertrieben. Mein Geld verbrennt ja irgendwo gut und schön, aber das, ja. Gleicht sich aber dann sowieso aus, weil wenn wir anfangen mit den Schweinen zum Beispiel, wir kaufen sie zwar billiger, aber wir können sie auch nicht so teuer verkaufen, also von daher relativiert sich die Ersparnis dann wieder. Die Herbstlandschaft ist einfach schön, mir gefällt die. Jetzt ist dann die nächsten drei Tage regnet, so wie angesagt, wird es mir wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut gefallen, aber noch ist es sonnig und trocken. Jetzt habe ich hier gar nicht rumgeschüttelt, kann ich mich eigentlich aufbauen? Also da drin. Oh, schön, da können wir für die Schafe... Das ist gut, da können wir für die Schafe Heu einlagern. Sehr schön. Heu und Stroh. Das war nicht gut. Machen wir anders. Wir werden das jetzt, wir werden den Schafstall taktisch umkreisen. So. So. Mal gucken, ob auch alles passt. Sehr hübsch. Schönes, frisches Strohbettchen. Ja, alles voll. Das ist gut. Was fehlt sind Schafe. Ich denke mal, wir werden uns jetzt auch nicht gleich da vollknallen mit 200 Stück, weil ich schätze, die fressen uns dann die Haare vom Kopf. So. Schäfchen können kommen. Wunderbar. Und wenn wir dann auch noch, das machen wir jetzt aber nicht, das machen wir ein anderes Mal. Wenn wir dann die Hühner auf den Hühnerhof gebracht haben. Also unsere erste eigene Nachzucht. Dann brauchen wir auch im Winter keine Angst haben vor Langeweile. Da haben wir wunderbare Beschäftigungen. Da müssen wir ja zum einen die Tiere nicht nur versorgen, sondern uns natürlich auch um die Produktion dann kümmern. Also sprich, die Eier können wir ein Teil ausbrüten, ein Teil in Kartons verpacken. Schafskäse werden wir machen, dann werden wir natürlich auch die Kuhmilch weiter buttern. Schweinefutter produzieren, da haben wir also gut zu tun. Das heißt, wir müssen nicht vor lauter Verzweiflung anfangen mit Pappeln. Wobei das glaube ich sowieso zu spät wäre. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man die überhaupt noch ansehen oder setzen könnte. So, jetzt muss ich gucken, dass ich den Dolly da drunter gefummelt habe. Wenn ich den Dolly da drunter bekomme. Oh. Ach, hat es schon funktioniert? Ne, eben nicht. Jetzt. Her mit den Schäfchen. Ja, mach doch langsam. Du siehst doch, wie lang das der... Also wirklich. Ich hab's eilig. Ich hab's eilig. Ich hab's eilig. Ich bin im Schaf und Erntestress. Wir aus dem Weg. Oh. Oh Gott. Jetzt hab ich beim Viehhändler schon wieder ein Stück Mauer ruiniert. So. 23 Stück. Jawohl. Ich find jetzt 500 Euro für ein erwachsener Schaf auch immer noch ein bisschen happig. Auf jeden Fall besser als 3000 Euro. Jetzt ist auch die Frage, wie viele Schäfchen kaufen wir uns denn? Wenn wir zweimal fahren, haben wir 46 und wenn wir dann nochmal vier Stück kaufen mit dem riesen Ding hier, dann hätten wir 50. Ich glaub 50 ist für den Anfang ganz okay, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Oh, helfe Tobi hat einen vollen Kontakt. Tobi, warte ganz kurz. Ich komm sofort. Wenn es jetzt hier auch mal gut geht. So. Schön grad ziehen. Abladen. Ja. Hallo Schäfchen. Oh. Jetzt geht das nach innen auf. Ui. Ja. Macht's euch schon mal gemütlich da drin. Willkommen bei der Snoooschen Schafskäse Produktion. Achso. Tobi. Oh Gott. Tobi. Ich eile. Wo ist er denn? Hier steht ja nochmal rum. Achter. Ja. Ich komm ja schon. so bitte sehr bitte gleich ich denke mal wir werden auch ein teil von dem geld in ein zwei neue felder investieren für die ganz großen reicht es leider nicht aber wir können definitiv welche mit dazunehmen würde ich mal sagen hat es da unten noch eine wiese die könnten uns auch noch kaufen vielleicht eine wiese und ein feld also eine wiese und ein ocker diesmal kurz darauf ohne beschädigung der bausubstanz vom viehhändler stahl und wieder ab zum schafstall aus der bahn das wird so ein blaues auto blaue autos in fuchshausen ich kann es euch sagen ganz gefährlich was die hier staus verursachen das passt ja auf keine einhornhaut ganz schön riechen War ich für lauter Plotzen? Am Schafsstall vorbei. Oh nein. Das war zu knapp. Ich hänge. So, abladen. So, dann haben wir jetzt 46 Schafe. Green. Und ich hole jetzt auf jeden Fall noch die restlichen vier. Ja, das mache ich. Dann haben wir genau 50 Stück. Das passt für den Anfang. Wieso fahre ich eigentlich so umständlich über den... Oh, Gott sei Dank ist der bloß gemietet, der Auflieger. Wäre das hier zum Viehhändler eine Kürze gewesen? Ich glaube schon. Naja, auch nicht wirklich. Nimmt sich, glaube ich, nicht viel. Ich frage mich, wenn die Schäfchen hier gehören. Da könnten wir uns ja vielleicht mal ein paar laien. Nein, aber natürlich nicht. Ich bin doch kein Viehdieb. So weit kommt es noch. Wir sind ja in den wilden Westen. So. Eins, zwei, drei, vier. Ach Gottchen. Die haben sich ja putzig verteilt. Zwei vorne, zwei hinten. Letzte Tour. Dann haben wir sie überstanden. Und mit wir meine ich uns alle. Also die Schafe, ihr und ich. Ich hoffe, dem Tobi geht es oben gut. Und wenn er da im Sonnenblumen fällt, ich kriege gar keine Meldung mehr von ihm. So. Okay, eins, zwei, drei, vier. Wir haben 450 Schafe sind da. Jetzt tue ich mir aber das Gezirkel nicht mehr an. Ich gebe das Gleit zurück, beides. Einmal. Zweimal. So, da machen wir zu. Da lassen wir offen. Die können ja rauslaufen, wenn sie wollen. Und hier vielleicht ein bisschen Rasen mähen. Haben wir schon Milch? Hundertprozentig nicht. Natürlich. Oh doch. Oh, wir haben schon zwölf Liter Milch. So ist es fein. So ist es brav. Sehr schön. So mag ich das. Ja, ja, ja. Gut. Schäfchen sind da. Die sollen sich jetzt erstmal akklimatisieren. Versorgt sind sie. Und ich würde sagen, für diese Folge komme ich zum Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und freue mich natürlich, wenn ihr aber am nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin wie immer eine gute Zeit. Und ich sage Tschüss. Tschüss.